Die letzten Trauben von Benjamin Andrej sind hier die Schaffis noch am Gären. Das 2022 ist für ihn definitiv ein gutes Jahr, das auch am Ertrag zu kennen ist. Als Beispiel, wenn wir jetzt an AOC Chasselabilersee machen wollen, sind wir bei einem Kilo, den wir maximum pro Quadratmeter nennen. Ich denke, dieses Jahr ist man sicher zwischen 700g und einem Kilo, wo man letztes Jahr vielleicht bei 300-500g war. Das sind schon zwei Welten, denke ich. Im Weinkeller von Marius von Balmose in der Bieler Altstadt hat es Mitte August noch so ausgesehen. Jetzt sieht es so aus. Der junge Winzer macht dieses Jahr zum ersten Mal eigentlich Wein. Für ihn brachte das gute Jahr auch Stress, weil die Läser schon fast einen Monat früher angefangen hat. Ich wäre froh gewesen, wenn es etwas später gewesen wäre, weil die Fässer sind am Tag vor der Läser gekommen. Und wir mussten konfektionieren und putzen. Und von daher war es schon etwas stressig zu beginnen. Bloß der Kälber, der neu ist. Ich habe mich noch nicht ganz gut mit den Arbeitsabläufen ausgekannt. Alles zum ersten Mal. Das war sicher schwierig. Aber lieber ein wenig Stress als gar kein Wein. Jetzt rechnet Bieler mit rund 4000 Flaschen Wein von einer Hektar Anbaufläche. Seine Geduld hat sich ausgezahlt. Ich hatte letztes Jahr kurz ein Angebot, um eine kleine Parzelle zu übernehmen. Dann habe ich noch etwas daran zweifelt und habe es zum Glück nicht gemacht. Wir hatten jetzt zwei schwierige Jahre am Bielersee, so viel es mir ist. Und dieses Jahr kann man sich wirklich nicht beklagen, was die Quantität und die Qualität angeht. Also ein super Jahr zum Starten. Jetzt liegt es auch gemerkt darauf, dass der Wein gut durchgärt. Die hohen Temperaturen haben auch den Zuckerhalt der Traube erhöht. Ein richtiger Erntezeitpunkt für einen guten Wein ist also massgebend. Der Zuckergehalt darf nicht zu hoch sein und die Säure nicht zu tief. Dieses Jahr ist mehr die Challenge, einen schönen, frischen Wein zu machen, wo wir noch schöne Säure haben und etwas Knackiges machen können. Im Gegensatz zum letzten Jahr. Das Können der Winzerinnen und Winzer ist jetzt also gefragt. dass es aus der guten Ernte nächstes Jahr dann auch einen guten Wein gibt.